Der FC Memmingen ist mit einer Enttäuschung ins Jahr 2019 gestartet. Gegen Abstiegskandidat der SV 1860 Rosenheim kamen die Hausherren am 23. Spieltag der Regionalliga Bayern nur zu einem 2-2-Remy. Stürmer Markus Einsiedler rettete den absiegsbedrohten Gästen mit seinem Kopfballtreffer in der Nachspielzeit immerhin einen Zähler. Meist gelesener Artikel 1 Fußball-Transfermarkt-Transfertiger, Bobic nennt den Preis für Jovic 2-Fußball-2. Bundesliga-Haft trotz kuriosem Zettelwurf 3-Fußball-Bundesliga Bob Youngster im Leistungsscheck 4-Fußball-Transfermarkt-VPSG-Real Bayern-Bappé ausstach 5-Fußball-Bundesliga-Wie lange hat der Disco noch bei S04? Doppelschlag von Memmingen Mario Jokic brachte die Gastgeber nach 27 Minuten in Front. Der Abwehrspieler verlängerte einen Freistoß mit dem Hinterkopf in die lange Ecke. Anzeige nur zwei Minuten später erhöhte Memmingen auf 2-0. Nach einer Linksflanke war Stürmer vor Kahn-Kirzicek zur Stelle und beförderte das Leder mithilfe des rechten Innenpfostens über die Linie. Aus heiterem Himmel gelang Rosenheim durch Daniel Majdanseweg nach 83 Minuten der Anschlusstreffe, ehe ein Siedler für den Schlusspunkt sorgte. Während Memmingen mit 14 Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern 2 auf Platz 5 liegt, für Hart Rosenheim auf einem Relegationsrang. Jahrh mailingfuller FC Bayern 3 auf disponer sleeping und mit 15 Punkten Rückstand auf Tabellenführer соглас pueden estar in freinheit. Vielen Dank.